Ja, wie du sehen kannst, es ist richtig viel los hier auf dem Spielplatz und ich wollte dieses Video meiner Frau schicken und dann muss sie feststellen, WhatsApp funktioniert nicht, Instagram funktioniert nicht, Facebook funktioniert nicht. Ich hatte erst eine Chance, dass irgendwas passiert ist mit meinen Social Media Sachen, aber nein, ich habe dann jetzt gerade im Internet gelesen, dass es allgemein ein weltweites Problem ist. Also das Problem gibt es halt auch in Chile. Ich habe jetzt ein bisschen mich erkundigt, es soll so ein DNS-Problem sein, keine Cyber-Attack oder so. Ein DNS ist, keine Ahnung, ein Service oder so, der dieses WWW und sowas aufschließt oder verschlüsselt oder, ich habe keine Ahnung, Leute, ich kenne mich gar nicht aus von so einem Scheiß. Das Wichtige ist, es ist keine Cyber-Attack, also niemand greift unsere Daten an. In diesem Sinne, war es einfach nur ein Short-Video. Auch in Chile haben wir kein WhatsApp, kein Instagram und kein Facebook. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich gehe jetzt nach Hause.